Oida, was geht ab Leute? Team Babelt hier. Heute mit einer kleinen Ankündigung bzw. Info, wie auch immer man das nennen will. Zwar haben wir uns eine TBT Liga ausgedacht. Zwar wird das auf DN, also momentan noch auf DN. Mal schauen wie es läuft, dann werden wir wahrscheinlich noch Death Pro dazu fügen, aber bisher nur auf DN. Zwar ist das jeden Freitagabend 16 Leute, K.O. System. Ist halt perfekt, um fürs Wochenende Locals und sowas zu testen oder für ein Turnier am Wochenende. Und da es halt nur 16 Leute sind, wird es auch nicht den ganzen Abend lang dauern, also perfekt zwischendurch. Für ein paar competitive Spiele, falls man ein paar gute Gegner sucht, aber keinen Bock auf Ranked oder so hat, dann kann man immer bei unserem Turnier jetzt jeden Freitagabend mitmachen. Die Informationen dazu, wie ihr euch anmelden könnt, findet ihr in der Beschreibung einfach dem Link folgen und euch dann auf der Seite anmelden und dann könnt ihr euch für dieses Turnier anmelden bzw. dann für alle zukünftigen Turniere werden wir wahrscheinlich das über die Seite machen, weil es einfach einfacher ist als alles manuell jetzt, so wie wir es bisher machen. Und der große Plan ist halt, dass es irgendwann eine richtige Liga werden soll mit Punktsystem und Ranking und sowas und natürlich dann auch ein paar Preisen. Wir reden gerade mit deinem Sponsor und handeln das gerade aus. Ich denke mal, es wird dann zum Beispiel für den ersten und zweiten jede Woche ein bisschen was geben und dann am Ende der Season nochmal für den mit den meisten Punkten und sowas halt. Wie gesagt, mal schauen. Das sind erstmal die Anfangsphase, die Testphase. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht und euch anmeldet. Dann können wir mal schauen, wie das so laufen wird. Und wenn es gut läuft, dann werden wir natürlich auch DevPro adden oder uns abwechseln. Eine Woche DN und dann eine Woche DevPro. Mal schauen. Und das erste Turnier wird auch schon diesen Freitag sein und dann ab diesem Freitag, dann jeden Freitagabend. 20 Uhr fängt es an. 19 Uhr ist Check-In. Aber genaue Infos findet ihr natürlich nochmal auf dem Link und auf der Seite. Beziehungsweise auf unserer Facebook-Fanpage oder unserer Facebook-Gruppe. Jetzt haben wir eine spezielle Facebook-Gruppe nur für unsere Online-Turniere. Dort könnt ihr mal abchecken und immer auf dem Laufenden bleiben. Ansonsten einfach anmelden. Würde mich freuen. Und wie gesagt, wir werden unsere großen Turniere und alle Turniere auf diese Seite verschieben. Also dient es auch am Freitag und dann die nächsten ein paar Mal als Test, um zu schauen, wie das Ganze läuft und wie es sich so organisieren lässt. Weil bisher ist es totales Chaos. Das geht echt gar nicht, alles manuell zu machen. Und ich zeige euch hier mal ein paar Sachen, die die als Features haben, als Optionen. Da haben die halt zum Beispiel die Warteliste. Was halt perfekt ist, weil viele Leute sich bei uns wieder abmelden. Aber dadurch, dass wir die schon eingefügt haben, können wir die nicht mehr rausnehmen. Und dann können Leute, die sich danach anmelden, nicht mehr beim Turnier mitmachen, obwohl noch theoretisch Plätze frei wären. Und da gibt es halt jetzt eine Warteliste mit Check-In. Und wer sich nicht eincheckt, der wird rausgestrichen aus dem Turnier und dann die Leute auf der Warteliste können dann nachrücken, was halt perfekt ist. Und Anmeldung muss ich halt nicht mehr manuell machen. Und dann gibt es halt auch noch ein Check-In. Und Leute, die sich nicht einchecken, sind halt dann automatisch nicht dabei. Anstatt so wie es jetzt ist und Leute, Spieler nach ihren Gegnern fragen und dann 20 Minuten bevor das Turnier überhaupt anfängt, schon geiern wollen, dass sie den Sieg bekommen. Was halt richtig langweilt. Und so kann man sofort sehen, ob der Gegner sich eingecheckt hat oder nicht. Und wenn er sich nicht eingecheckt hat, dann wird automatisch rausgenommen und Leute müssen nicht geiern um den Sieg. Dann gibt es halt auch eine Lobby- und Match-Chat, wo alle Spieler miteinander gehen können oder mit mir halt. Anstatt auf deren, weil 64 Leute mich immer gleichzeitig anschreiben und das funktioniert einfach nicht so gut. Und die meisten checken halt nicht, dass ich noch mit 63 anderen Leuten und nicht nur mit ihnen chatte. Und stellen halt manchmal echt dumme Fragen oder echt unnötige. Und dafür ist halt dieser Lobby-Match-Chat perfekt. Dann haben die halt auch noch ein Score-Repalling. Also ihr könnt eure eigenen Ergebnisse eintragen. Und der Gegner muss sie halt dann bestätigen. Läuft nicht mehr über mich. Was auch unnötige Arbeit für mich war. Also denke ich, ist das System, die Seite auf jeden Fall sehr nützlich. Mal schauen, wie das laufen wird. Wie gesagt, ab jetzt jeden Freitag unsere TWD-Liga. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Falls ihr mehr Infos braucht, unten in der Beschreibung oder auf unseren Facebook-Seiten, Facebook-Gruppen. Ansonsten klickt auf den Link, checkt die Seite ab und meldet euch für das Turnier. Und ciao! Bye!